Tschechien will insgesamt 76 Leopard 2A8 für seine Streitkräfte beschaffen. Die Beschaffung erfolgt über den im Mai letzten Jahres geschlossenen Rahmenvertrag zwischen dem Bein BW und der Herstellerfirma KNDS. Die Auslieferung soll im Zeitraum 2027 bis 2030 erfolgen. Allerdings werden nicht alle 76 Leopard 2A8 auch als Kampfpanzer beschafft, sondern einige in Unterstützungsvarianten. Darüber hinaus erhält Tschechien auch noch 28 weitere Leopard 2A4 und zwei Bergepanzer Büffel. Die Hälfte dieser Fahrzeuge erhält Tschechien von Deutschland kostenlos im Rahmen des Ringtauschverfahrens, die andere Hälfte muss bezahlt werden. Die Auslieferung soll bereits nächstes Jahr abgeschlossen sein. Damit wird Tschechien über insgesamt 42 Leopard 2A4 verfügen und zum Ende dieses Jahrzehnts rund 100 moderne Kampfpanzer westlicher Bauart zur Verfügung haben. Die Bundeswehr hat ein Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung einer neuen Maschinenkanone im Kaliber 25 x 137 mm gestartet. Ziel ist der Abschluss eines Rahmenvertrages für den Zeitraum Oktober 2024 bis Dezember 2029. Die neue 25 mm Maschinenkanone soll die Hauptbewaffnung des Spähfahrzeugs Next Generation, auch Corsak genannt, und des luftbeweglichen Waffenträgers werden. Der Festbeauftragungsanteil umfasst 153 Maschinenkanonen inklusive Zubehör. Optional sollen 162 weitere Maschinenkanonen mit Zubehör beschafft werden können. Als potenzielle Kandidaten für das Vorhaben gelten die M242 Buschwaster von Northrop Grumman, die KWA von Rheinmetall sowie die M811 von KNDS France. Am 4. April hat Verteidigungsminister Boris Pistorius die neue Grobstruktur der Bundeswehr vorgestellt. Ich habe bereits zu der Thematik berichtet, allerdings haben sich noch kleinere Änderungen ergeben. Daher hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Das Einsatzführungskommando und das Territoriale Führungskommando werden zu einem neuen zentralen operativen Führungskommando der Bundeswehr verschmolzen. Der Cyber- und Informationsraum wird zu einer Teilstreitkraft aufgewertet. Die Streitkräftebasis und der zentrale Sanitätsdienst gehen in einen neuen Unterstützungsbereich auf, welcher darüber hinaus auch noch weitere Dienststellen wie zum Beispiel das Planungsamt der Bundeswehr umfassen wird. Entgegen der Vorschläge der Projektgruppe Struktur Bundeswehr erhält das Heer doch nicht das ABC-Abwehrkommando, Feldligakommando und das Multinational Simic Command, sondern nur die Heimatschutzkräfte. Die Luftwaffe erhält das Luftfahrtamt der Bundeswehr und die neu zu gründende Continuing Airworthiness Management Organisation und wächst damit um 1000 Dienstposten. Bis April 2025 soll die neue Struktur umgesetzt werden. Norwegen will seine Verteidigungsausgaben fast verdoppeln. Bis 2036 sollen insgesamt 1,6 Billionen norwegische Kronen für die Streitkräfte ausgegeben werden. Mit diesem Geld sollen vor allem vier Dinge getan werden. Erstens soll die Situational Awareness im hohen Norden durch die Beschaffung von Aufklärungsdrohnen und Satelliten verbessert werden. Zweitens soll die Flotte der königlich norwegischen Marine komplett erneuert werden. Unter anderem mit mindestens fünf neuen Fregatten und fünf statt bisher vier U-Booten der Klasse 212 CD, welche gemeinsam mit Deutschland beschafft werden. Drittens soll die Luftverteidigung ausgebaut werden. So ist unter anderem die Beschaffung eines weitreichenden Flugabwehrsystems vorgesehen. Und viertens soll das Heer und die Heimwehr vergrößert werden. Das Heer soll von einer auf drei Brigaden aufgestockt werden und die Heimwehr soll mit neuer Ausrüstung und Personal gestärkt werden. Zu diesem Thema kommt Ende Mai im Übrigen noch ein ausführliches Video auf meinem Kanal. Bleibt also gespannt und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass ihr keines der neuen Videos mehr verpasst. Die USA haben der Lieferung von 65 F-16 Fighting Falcons an die Ukraine zugestimmt. Die Kampfflugzeuge werden aus Beständen der dänischen, norwegischen und niederländischen Luftstreitkräfte kommen. Dänemark will 6 F-16 Block 10 und 13 F-16 Block 15 liefern. Norwegen will insgesamt 22 F-16 in den Varianten Block 10 und 15 liefern und die Niederlande insgesamt 24 F-16 in den Varianten Block 10 und 15. Die Ausbildung ukrainischer Piloten auf dem Kampfflugzeug läuft bereits seit geraumer Zeit. Das war's auch schon mit den Breaking News. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird und an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.